Diese Frage habt ihr euch in den vergangenen Tagen wahrscheinlich auch schon gestellt. Soll ich die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar anschauen? Oder ist es besser, diese sehr umstrittene WM vielleicht einfach zu boykottieren? Wer jetzt auf eine eindeutige Antwort von mir hofft, den muss ich leider enttäuschen. Denn die Antworten auf diese Fragen sind nicht trivial. In der Öffentlichkeit wurde darüber zuletzt sehr viel diskutiert. Nicht wenige können nicht nachvollziehen, dass die deutsche Nationalmannschaft überhaupt bei diesem Turnier antritt. Andere meinen, dass man als Privatperson ein Zeichen setzen könne, wenn man den TV zu WM-Spielen auslässt. Auch ich bin hin- und hergerissen. Mir schoss in den letzten Tagen immer wieder ein Gedanke durch den Kopf. Würde ich die WM auch schauen, wenn ich es aus beruflichen Gründen nicht ohnehin machen müsste? Inzwischen kann ich zumindest diese Frage mit einem Ja beantworten. Denn zugegebenermaßen bin ich viel zu fußballbegeistert, um mir ein solch großes Turnier entgehen zu lassen. So kritisch ich dem Austragungsland Katar und den Vorgängen bei der FIFA auch gegenüberstehe. Die Spieler, die im Wüstenstaat gegen den Ball treten, können ja schließlich auch nichts dafür. Keiner von ihnen hat die WM nach Katar geholt. Doch jetzt kommt das große Aber, dass vielleicht auch eine Art Handlungsempfehlung für jeden sein kann, der sich noch nicht so recht entschieden hat, wie er sich verhalten soll. Ich persönlich werde die Partien verfolgen, aber ich werde in den kommenden vier Wochen auch sehr genau hinschauen, was in Katar so alles passiert. Ich werde als Journalistin die Bühne der WM nutzen, um die krassen Missstände, Menschenrechtsverletzungen und korrupten Vorgänge genauer zu betrachten und eindeutig zu benennen. Dass die WM am Sonntag in einem Land, das die Menschenrechte teils mit Füßen tritt, beginnt, kann ich dadurch zwar nicht mehr rückgängig machen, aber es bleibt zu hoffen, dass auch die Fußballspieler, die in Katar dabei sind, sich positionieren. Dass sie nicht wegschauen, sondern die Macht ihres Sports nutzen, um auch ein Zeichen zu setzen. In der Hoffnung, dass die FIFA dadurch endlich erkennt, dass es eine krasse Fehlentscheidung war, eine Weltmeisterschaft in solch ein Land zu vergeben. In der Hoffnung, dass dadurch so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Und in der Hoffnung, dass in Katar etwas von der weltweiten Kritik ankommt und vor allen Dingen auch nachwirkt.